Der Computer-Fragebogen erläutert die Nutzung des Computers zu beruflichen Zwecken. Sind es nicht mehr als 50 Prozent, erkennt das Finanzamt eine Pauschale an. Liegt die Nutzung darüber, verlangt es Details. Der Fragebogen erkundigt sich nach Hardware-Ausstattung, Betriebssystem und Programmen, deren Nutzung sowie die Verwendung der erstellten Daten, den zeitlichen Anteil der beruflichen Nutzung und ob es weitere Computer im Haushalt gibt.